In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in OPSH ein Kanban anlegen können. Gehen Sie dazu auf die Internetseite opsh.lernnetz.de, klicken Sie auf Neue Pinnwand erstellen. Geben Sie nun Ihre dienstliche E-Mail-Adresse und die Dienststellennummer Ihrer Schule ein und klicken auf Absenden. Sie erhalten nun umgehend eine Verifizierungs-E-Mail auf die angegebene E-Mail-Adresse. Klicken Sie dort auf den angegebenen Link, um die Pinnwand zu erstellen. Geben Sie einen möglichst eindeutigen Namen an, um die Pinnwand später wiederfinden zu können. Vergeben Sie ein Lehrer-Passwort und ein Schüler-Passwort und klicken auf Absenden. Fügen Sie über das Pluszeichen zwei weitere Spalten hinzu. Vergeben Sie bei der zweiten Spalte den Titel In Bearbeitung und bei der dritten Spalte Erledigt. Benennen Sie nun die erste Spalte mit dem Titel Aufgaben in Vorbereitung. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte, wählen den Punkt Titel bearbeiten und tragen Sie den Titel Aufgaben in Vorbereitung ein. Über das rote Pluszeichen am Spaltenende können Sie nun die Aufgaben hinzufügen und wie bereits beschrieben bearbeiten. Zergliedern Sie die Gesamtaufgabe in überschaubare Teilaufgaben und benennen diese im Titel. Im Inhaltsbereich der Aufgaben können Sie die Aufgaben ausführlicher beschreiben. Jede Aufgabe sollte mit einem eindeutigen Enddatum versehen und eine oder ein Verantwortlicher benannt werden. Zur verbesserten Darstellung können Sie die Aufgaben auch farbig gestalten. Sortieren Sie die Aufgaben in eine logische bzw. strukturierte Reihenfolge. Je nach Bearbeitungsstand können Sie nun die Aufgaben in die Spalten in Bearbeitung oder in Erledigt verschieben. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Ergebnisse zu beschreiben oder mit externen Dokumenten zu verlinken. Über das Kontrollfeld Administration können Sie unter Aktionen teilen einen QR-Code erstellen oder die Internetadresse kopieren und an Ihre Schülerinnen und Schüler verteilen. Auf diese Weise haben alle Beteiligten einen Überblick über den aktuellen Projektstand und es wird deutlich, an welcher Stelle der Prozess derzeit steht oder an welcher Stelle dieser hakt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann werden Sie die Möglichkeit, die durch die Zukunft derzeit hätte geändert werden können. Jetzt werden Sie die ausgefähren. Dann kommen Sie das, eure Geschwisterbeinigung zu verlinken und auf der Stelle darin. Dann können Sie die Möglichkeit, mit der Möglichkeit die nach einer cy Christianity-Code zu verlinkern werden. Vielen Dank.